In einem Kesselbuntes, da war er plötzlich da, der Superstar, der Herzen aus Amerika. Und er hieß David, er hat die Menschen verzaubert mit jedem gesungenen Lied. Und er belies es nicht bei Liedern, sondern wollte umdrehen, in einer Welt die schwachen und geknechteten Bifreien. Ja, so war David, David, er hatte große Ideale, die ihm von anderen Künstlern unterschied. Er ging den umgekehrten Weg von West nach Ost und hat damit gezeigt, dass der Westen gar nicht so golden ist und hat seinen Schritt den Westen auch erbost. Für ihn blühte dann noch eine Blume und alles schien okay. Doch dann ging alles unter, in einem großen See, der nahm uns David. Und das, was damals geschah, tut heute noch so viele Menschen weh. Und die Träume vieler Menschen versanken mit ihm und im See.